Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Yonda, der Cloudcatcher Crunchies. So, wir dekorieren hier unseren Bauernhof fertig. Ja, das wird nice. Bauernhof wird fertig gemacht und ich würde sagen, der Futternapf würde hier gut hinpassen und gleich daneben würde ich sagen, gleich mal den Trog. So, naja, okay, vielleicht ein kleines Stückchen dahin und du dahin. Dann können wir da oben nämlich schön die Pflanzkisten aufstellen, hier so, die wir aber erst bauen müssen. Gut, aber jetzt mal zuallererst holen wir uns mal unser erstes Viechlein, würde ich sagen. So, dafür nehme ich hier noch ein paar Sachen mit. Und hoffe, dass wir es zähmen können, weil die sind so schön, die Tiere hier, sind so schön, da will ich unbedingt eines haben. Wenn ich jetzt eines finde, irgendwie sind jetzt, huch, das wollte ich nicht, irgendwie sind nämlich alle weg. Na, da vorne sind sie ja schon. Hallöchen, langsam. Na, du? Hallo, du bist so schön. Ja, was denn? Was, ich habe nichts dabei? Wie kann denn das sein? Oh, doch. Hä? Nichts schrecken, keine Angst. Okay. Ich habe nichts dabei, was die mögen. Wie geht denn das? Wie geht das? Wie geht das? Kann doch gar nichts sein, oder? Hallo. Hm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt wollte ich schon die Tiere zähmen. Nichts da. Ähm. Ich weiß schon. Wo ist denn die Dame? Ja, ja. Ob die mir sagen kann, was die gern essen, weil dann können wir uns das nämlich holen. Hm, wo steht denn die? Ich stelle mal ein paar Fallen auf, dann können wir ein bisschen Leder fahren nebenbei. Aber war die nicht immer da irgendwo? Vielleicht bin ich auch komplett doof. Das könnte auch sein. Die ist jetzt nicht mehr da. Aber die stammt doch hier irgendwo. Vielleicht ist es nur zu gewissen Zeiten hier. Es wäre 15 Uhr Nachmittag. Hm. Hm. Das ist jetzt komisch. Vielleicht sind es ja blaue Beeren. Die habe ich nämlich echt nicht mit. Dass ich die gebraucht hätte jetzt. Hm. Klingt so, als müsstest du die Springboard dringend ihre Jagdwaren loswerden. Ja. Das hilft mir jetzt nix. Naja, was können die mit empfehlen? Blaue Beeren habe ich... Nix. Da habe ich nur die Seemlinge. Ich habe Pilze mit. Tatsächlich. Obwohl, blaue Beeren habe ich mit. Ja. Vielleicht haben die nur keinen Bock, was zu naschen. Ich hätte sogar Fleisch mit. Ich glaube aber nicht, dass die Fleisch essen. Futter hätte ich auch mit. Hm. 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 Na gut. Dann geht es halt momentan nicht. Dann weiß ich nicht. Äh. Wo wir es halt woanders, ne? Oder machen wir was anderes. Sagen wir es so. Äh. Es ist jetzt 18 Uhr noch was. Ich werde mich jetzt, äh... Äh. Ich werde mich jetzt wegbohrten. Ich werde jetzt mal versuchen, diesen Geisterfisch zu fangen, ne? Also Glanzfeldhof. Blub. Es ist ja die Frage, ob das Gebiet abhängig ist, dieser... Dieser Fisch. Das könnte auch sein. Weil wenn der Lackling nämlich gebietsabhängig ist... Dann muss ich den drüben... Hm. Dann muss ich den im Schneegebiet... Fischen, ne? Hoppata. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ich soll es vielleicht zur Sicherheit machen, oder? Ich mach's vielleicht zur Sicherheit. Ich möchte jetzt gerne mal abschließen, die Quest. So. Und dann... Weil hier unten darf ich nicht. Aber hier in der Nähe gibt's doch, ähm... Gibt's doch Flüsse. Halt. Schwuppdiwupp. Dann holen wir gleich mal die Angel. Mal geben tut sie, die Flüsse. So, da oben, glaub ich. La, 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 la. Ja. Hier könnten wir Glück haben. Das erklärt auch, warum hier so ein großer Kreis ist. Kann man die Fische wirklich nur hier fangen? Dann schau ich mal, ob wir Glück haben. Fischi, Fischi, Fisch. Geisterfisch. Willen wir gleich mal den. So. Wow. Wow. Okay, das ist mal ein anderes Kaliber. Boah. Ja. Der hat Schmalz. Und? Alte Stiefel. Ja. Fast. Fast. So, mal schauen, ob das wieder ein alter Stiefel ist. Tippfisch. Also, so wird das, glaub ich, nix. Da. Ich hab auch keine Ahnung, ob der irgendwie einen Größenunterschied hat. Aber das müsste sein. Ah, da haben wir was Großes. Vielleicht haben wir Glück. Ja, und das ist ein Geisterfisch. Wuhu, supi. Das heißt, wir können den Geisterfischeintopf kochen. Sehr gut. Dieser Eintopf kann angeblich Haare wachsen lassen. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Na. Und? Heureka. Wobei, wenn ich mich gleich zum... Ah. Ich hab ihn nicht mehr so viel. Ups. Den nehmen wir auch gleich mit. So. Vielleicht finde ich hier unterwegs noch ein bisschen Stein an. Steine brauche ich eh so viele. Und hier hab ich mir gedacht, hier ist ja eigentlich so, dass Stein wahrscheinlich zu kalt sein könnte für... für die Dierchen hier. Da hab ich gedacht, da baue ich dann Holzstall hin. Dann haben wir auch diese Quests geschafft, Gott sei Dank. Dann ist einmal das mit dem Geisterfisch erledigt. Äh, ja, dann schauen wir uns gleich die nächste Quest an. Auf jeden Fall Steine brauchen wir auch bis zum Abwinken. Da wäre es echt schon cool, wenn es irgendwo eine Steingrube geben würde. Äh, äh, Geisterfisch. Äh, äh, äh. Äh, Geisterfisch, Eintopf. Äh, das? Das warst doch du, oder? Oh, ich will so gern einen Bart. Ich will, ich will, ich will. Vergiss nicht, mir einen Eintopf nachts zu bringen. Ach, komm. Stimmt, da war ja noch was. So, los können wir uns mal die nächste Quest anschauen. Ähm, die Vogelscheuche. Könnte schon was für uns haben, eigentlich. Feuerwindstal. Steinbrücke, Brauergilde. Ich denke, das können wir uns wieder antun. Bis es Nacht wird halt, ne? Und bauen muss ich die hier auch. So, sonst habe ich keinen mehr. So, dann halt wieder zurück zu unserem zu unserem Bauernhof, ne? Und der Vogelscheuche. Hallo! Hallo! Jo! Knuddel, 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 Knuddel. Ja, brav! Und, äh, schauen, ob der jetzt was... Ich glaube, jetzt ist Herbst, ne? Ich habe den Frühling versäumt, glaube ich. Den werden wir gleich sehen. So, dann hätten wir das mit der Vogelscheuche auch schon langsam fertig. Dann würde nur noch der Herbst fehlen. Ah, wenn die Grillen sind, müsste Sommer sein, oder? Und zack, 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 und bam! Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt den Rock haben möchte. Rock, Bluse und so weiter. Zack, 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 und bam! Weil es wird halt ein schönes Sommeroutfit, ne? Die Größe. Und? Ich will brummen wie die Bienen und aufblühen wie die Blumen, denn es ist Sommer. Kleider, die kühl sind wie eine Sommerbrise und meine empfindliche Haut vor der Sonne schützen. Bring mir einen Hut mit breiter Krempe, einen Blumenrock und eine leichte Bluse. Da müssen wir nochmal zurück, ne? So, warte. So, unsere Sachen holen. Den Hut haben wir, glaube ich, schon auf. Halt. Hier hin. So. Die Bluse. Die leichte Bluse und den Rock, ne? Äh, mau. Da. Habe ich das richtig? Hut mit breiter Krempe. Den habe ich normalerweise an, ne? Hut mit breiter Krempe. Da ist er ja. So. Und da würde ich sagen, wir laufen gleich wieder hin, wo es, wie, äh, Quest und so. Sehr gut. So. Sehr gut. Und da, wie, ähm, roh, da, wie, äh, wie? Ja, so. bitte. Hast du ein Zeug? Ich sehe toll aus. Ich spüre, wie ich immer schicker werde, aber Modefrix kann keine Rast. Ich muss schon heute wissen, was morgen angesagt ist. Ich muss wissen, was in ist und was out. Komm später wieder und ich verrate dir, was gerade angesagt ist. Kann ich das jetzt wieder anziehen oder ist das jetzt für immer weg? Na, Gott sei Dank. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Gut, gut, gut. So. Wobei, es ist Sommer. Wir könnten uns eigentlich selber so anziehen, ne? Fail. Epic Fail. Jetzt. Und da. So. Lalalala. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Da unten ist Steinchen. Ich brauche Steinchen. Lalalala. Zack. Zack. Und bam. Und jetzt können wir auch schon langsam wieder zurück zu diesem Schneegebiet. Die eine Quest noch abgeben. Ja, was ist mit du? Wer ist niedlich? Ja, du bist niedlich. Das hier dürfte jetzt nur eine Gerberei sein, glaube ich, ne? Du bist, glaube ich, nur ein Gerber-Dings, ne? Gerberei, ja, ja. Zwei Tierhaut machen wir Leder. Das ist sehr nett, aber momentan nicht. Danke. Stattdessen brauche ich meinen Reiseknoten. Kann ich noch welche bauen? Ja. Ganz viele sogar. Vier, fünf erreichen mal. So. Und wieder zurück zum Zitterhof, ne? Da soll ich mich wieder wärmer anziehen. Ah, ich mache mal ein... Ja, das ist doch... Da wird mir schon kalt, wenn ich da zuschaue. Äh, so. Ist ein bisschen besser. So. Also, hü, hüpf. Nochmal, hü, hüpf. So, dann brauchen wir nur noch auf den Herbst zu warten. Und dann ist auch diese Quest erledigt. Die Quest machen wir jetzt fertig. Äh, und dann... suchen wir uns eine neue. So schön langsam kommen wir hier vorwärts, ne? Tapp, 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 tapp. So, vielleicht darüber runterhüpfen. Yeah. Hallo, Hallöchen. Oh, du hast ihn. Ich gehe sofort rein und trage ihn auf. Komm am Morgen wieder vorbei. Es braucht etwas Zeit, bis der Zauber wirkt. Mie. Mie. Immer warten. Äh. Mie. Egal. Da können wir inzwischen noch eine neue Quest suchen. Was gehen wir denn als nächstes an? Außer, dass wir haufenweise Steine brauchen. Mh. Ja, das können wir schauen. Kann ich da schon was bauen? Ja, da kann ich tatsächlich schon was bauen, weil ich ja schon wieder genug von dem Zeug habe. Aber mir fehlen Tontöpfe. Nach wie vor. So, solange sich das nicht ändert, kann ich auch nichts anderes bauen. Ich sehe da drüben eine Kiste. Wie kann denn das sein? Weil ich doof bin und alles übersehen. Weil ich doof bin und alles übersehen. Die Kiste, die war da die ganze Zeit über. Ich bin doof und ich habe alles übersehen. Drei Tontöpfe. Yes. Jetzt können wir den Regenmantel herstellen. Da habe ich jetzt was Gelbes gebraucht. Den Regenmantel. Jetzt müsste man das mit der Quest auch gehen. Außer sie braucht dazu noch. Das war denn noch Winterrock? Nein. Eventuell das hier, die lange Hose. Runterranzen. Ja. Irgendwie sowas halt, ne? Farbstoff Gelb. Da können wir jetzt aber dabei, weil wir jetzt drei Tontöpfe haben, hier noch was machen, ne? Farbstoff Rot, Farbstoff Gelb fehlt mir hier. Farbstoff Schwarz. Da brauche ich überall Tontöpfe dafür, ne? Gut. Brauche ich hier nochmal einen Tontopf? Ja. Wir werden halt das mal herstellen, ne? Brauche ich hierfür auch einen? Ja. Wir werden halt das mal herstellen, ne? Irgendwann kommen wir da auch auf die 1000. Also muss jetzt eh die Zeit vergehen, bis es morgen wird. So. Trotzdem könnten wir einen roten mal herstellen, das wäre ja wurscht. So. Vielleicht gibt es hier eines Tages wieder irgendwo ähm... die Möglichkeit... ...Tontöpfe zu kriegen. So, Regenmantel haben wir hergestellt. Sehr gut. Die Zeit ist nicht vergangen. Verdammt. Jetzt habe ich schon gehofft, dass das mit dem Herstellen was bringt. Nichts da. Das ist doof. Das ist doof. Naja, dann gehen wir halt der Wanderbilt fischen, ne? Dafür geht die Zeit fix. So. Bla, 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 bla. Boah! Was ist denn das? Hallo? Hi. Mach schnapp. Mach schnapp. Nicht der Kleine. Oh Gott, nicht der Kleine. Den Riesenoschi hätte ich gern. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, pass an. Nein. Verdammt. So hat der Große jetzt nicht angebissen. Der hätte sich ja unabsichtlich verschlucken können, oder? Und das Discord geht schon wieder ab. Verdammt. Ich habe vergessen, ausschalten. Ah. Nochmal, der Große wird nicht kommen, ne? So viel Glück habe ich nicht. So ein Bech. Das wäre jetzt sicher ein Mondfisch oder so gewesen. Ah, das nochmal. Wow. Das ist nochmal ein Großer. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Das würde so ein Nagelfisch sein, wahrscheinlich. So, komm, komm. Silberglücksfisch. Silberglücksfisch. Aha, den Brosnan hatten wir ja schon. Okay, es ist in der Früh. Geht schon? Funktioniert es? Es fühlt sich an, als ob es funktioniert. Geben wir ihm noch etwas Zeit, kommen wir morgen zurück. Ach, komm. Vielleicht 6 Uhr morgens. Vielleicht ist das schon in der Früh. Ja, genau. Es passt. Hallo. Ich schaue da aus. Tada. Das ist so cool. Sieht ihr nur diesen Bart an? So bärtig. Warte. Bis Boone, der Schöne, meinen Bart sieht. Und ich werde sagen, hey Boone, du warst die längste Zeit, der bärtigste hier. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ich glaube, alles genau, ich habe alles genau aufgestimmt. Damit du dir auch einen Bart wachsen lassen kannst. Ich muss unbedingt meinen Bart wachsen lassen und kämmen, bevor ich ihn allen zeige. Danke nochmal. Das Bart-Duell. Voll cool. Ich bin trotzdem als Erster auf diese Idee gekommen. Das will ich schon mal hier vermerken. Das mit dem Bart tragen. Seht ihr auch, wie Frauen tragen gerne Bärte? So. Hat sich nur noch nicht so durchgesetzt. Wir sind da ein bisschen schüchtern, wisst ihr? So. Gut, gut. Das zu dem. Also. Herbst. Ich weiß nicht, ob es schon Herbst ist. Ist es schon Herbst? Nein, Sommer. Wir haben noch Zeit. Okay. Quest. Gut. Wir könnten jetzt den Wolkenfänger weitermachen. Aber in die paar Minuten zahlt es fast nicht mehr aus. Ich würde vorschlagen, wir werden es noch, um den Part hier zu beenden, ein bisschen Stein klopfen. Und im nächsten Part fangen wir dann einfach ganz gemütlich wieder an. weiter zu questen. Also mit den Wolken-Dings. Würde ich vorschlagen. Was? Was? Wie? Wie? Ich singe falsch. Das ist überhaupt, also wie unhöflich. Also wirklich. Muss das sein? Ich will keine Fallen aufstellen. So. Ich will eigentlich nur einsammeln. Da gibt es nichts mehr zum Einsammeln. Ach so. Ja, da gibt es nichts mehr zum Einsammeln. Du kannst kein Recht drauf. Ach so. Zack, 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 zack. Mää. Die ersten Beschwerden. Mää. So, und da vorne sehe ich schon einen schönen stattlichen Steinbrocken. Zack, 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 und habu. Sehr gut. So, ich brauch Stein, so viel Stein. Ach, wie fein ist dieser Stein. La, lila. Kommst du mit? Gib ihm den Gegenstand. Das hättest du denn gern. Futter. Ja. Kommst du mit mir mit? Ich hab meinen alten Waschbärfuchs verloren. Kannst du, möchtest du mit bei mir bleiben dann? Futter. Ja, komm nur mit. Weiß immer noch ein bisschen Futter an. Da, 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 da. Da, 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 da. Kommt er noch mit? Ja. Da, 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 da. Und dann brauch ich noch ein großes Tier. Ein großes Viechlein. Nein. 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 Bleib da. Bleib bei mir, Fuchs. Bleib hier. Ja. Komm mit. Hoppel, 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 hoppel. Ja, 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 ja. Komm nur, komm nur. Ja, bitte. Sehr, sehr gut. So, einmal streicheln. Na du? Und? Ja, niedlich. So. Und du produzierst was? Eier. Ein Farbbit produziert Eier? Ich hätte gedacht, Wolle oder so irgendwas. Wie kannst du Eier legen? Naja, warum nicht? Das ist halt eine Fantasiewelt, ne? Bei dem kann man schon verstehen, dass der Milch gibt. Eier. Warum nicht? Warum denn nicht? Okay. Dann hätten wir das auch. Was nun? Was nun? Quest haben wir gesagt. Nächstes Mal Steine klopfen. Tun wir noch ein bisschen. Basik-Kündchen haben wir noch vom Part. Und dann, ja. Würde ich sagen, passt das schon mal. Da haben wir Steinchen. Oh, wie fein. Her mit dem Steinchen. Ich brauch mehr. La, 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 la. Wir haben ja noch so viele Steinbrücken zum Bauen. Da wird einem ja ganz schwindelig. Ich glaub sowieso, bis wir das Spiel hier beendet haben, wird es hier eine chronische Steinarmut geben. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch eine Anzeige dafür. Weil wir die Umwelt ihres Steines beraubt haben. Ne? Ist ja auch ganz logisch. Kann jeden Mal passieren. Jetzt hab ich auf die eine Dame, hab ich jetzt vergessen. Oder doch? Nein, das passt schon. Ich bin verwirrt. Passt alles. Ich hab alles richtig. Passt schon. Ich denke immer, ich vergesse irgendwas und dann fällt mir wieder spontan was ein. Das, was ich noch machen müsste. Dabei hab ich's eh schon gemacht. Naja, das ist bin typisch ich. Denkt euch da nichts dabei. So. Ich glaube, der Part war jetzt zu Ende, ne? Dann würde ich sagen, lass mal das mit Steines suchen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.